So. Sein Killer. Weiß welchen Killer fangen wir da an? Ähm... Ich wär ja mal für noch ein bisschen... ...ketten siegen, man. Der gefällt mir doch schon sehr. Ja, wir haben auch schon ein paar Perks und das ganze Zeug ausgesammelt, aber noch nicht so... ...die Scheiße, sobald einer kommt, ist der... ...ist das Klump weg? Die ganzen Sachen hier. Den hätt ich ja gern wieder hier. Das war echt geil, die Nadelschuhe. Mann, kriegt man... ...wisst ihr irgendwie, ob man das... ...das wieder zurückkriegt? Nicht, oder? Hm. Lobby erstellen. Warten. Und wir warten immer noch. Wo sind meine Opfer? Warten noch vier Opfer. Zwei. Eigentlich brauchen wir nur noch zwei, drei. Alter, die sind verdammt schon gut umlevelt. Ah. Was seid ihr? Geht doch nicht immer raus, Mann! Das Lobby gehobelt, geht einfach auf den Sack. Komm, mach fertig. Ich freue mich schon auf diese Runde. Darauf habe ich schon gewartet. ... Blutpunkte mehr im Endeffekt... ... ...Druppelt. 25% mehr Blutpunkte. Okay. Gucken wir mal, wen am Wasser es erwischen beteilte. Gefällt euch das eigentlich mit der Stimme oder gefällt euch das nicht? Könnt ihr mich überhaupt so verstehen? Was randalierst du nur draußen? Herob! Herob! Wie blöd wird er? Ja, war ich ja schon lange nicht mehr. Immer schönes Zuhause. Wir legen doch gleich mal los und suchen sie. Mir geht es übrigens nicht darum hier der beste Killer oder irgendwas zu sein und einfach nur mit Spaß zu haben. Bleiben wir vorne weg. Wo versteckt ihr euch denn? Zeigt euch doch. Wo könnt ihr sein? Hallo? Aber es ist eigentlich ein schönes Zuhause, ey. Nein, ich kenne sich doch echt irgendwie da. Nein, und Luffel. Wo ist denn? Hier. Versteckst du dich? Bist du hier drin? Nein, bist du nicht. Ach, Mann, oh. Was? Der... An mir ist gerade einer vorbeigepackt. An mir ist gerade einer vorbeigepackt. Die habt ihr doch jetzt auch gesehen, oder nicht? Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Und auf ist das Haus. War hier was? Nein, hier läuft er nicht mal. Generator. Generator. Hier ist auch kein Generator. Hey Leute! Passiert da echt fast nichts. Alter! Hab ich überhaupt nichts mitgekriegt? Kämmt ihr alle an dem rum, oder was? 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 Eine überregende Funde. Jetzt geht's auf einmal schnell. Ich hab den verloren. Den hab ich auf jeden Fall verloren. Den hab ich auf jeden Fall verloren. Ich bin jetzt echt ein bisschen blind, ha? Er hat nicht ganz die Fluchte treffen wie im Leben, und er geht sozusagen in der Generator zurück. Oh, stopp! Ah! Der Zucker gewesen! Kratze! Dein Ende naht! Zufrieden, Matze! Alter! Was bin ich denn für Kiliman? Ich find grad überhaupt keinen. Oh mein Gott, ich verändere so. Äh... Hallo? Alter! Was geht denn ab? Da sind die Richter weggerannt. Ah shit! Was geht denn ab? Da sind die Richter weggerannt. Ah shit! Die Richter weggerannt. Verste! Los geht's! Tschüss. Sieg. 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 Wie ist der Hintergrund? Da rauf, ja? Lickt! Nice! Du gehst nirgends nirgends! Na, Fuchse! Komm mit mir! Schönes neues Zuhause, wirklich! Da wollte doch jemand bei Bratwürste! Das erste Fleisch hab ich frisch! Ganz frisch! Frischer geht nicht mehr! Halten den Rand! Frischer geht es nicht mehr! Halt den Rand! Genau! Letztend, was ich gelernt hab, ist... Ab und zu mal... Uh! Dann verlieren sie die Konzentration! So! Weil sie vielleicht mich noch retten... Einen will ich mindestens mit ihnen... Tot nehmen! Dann müsste sterben... Sag ich's doch... Mit Blut, bitte! So, wir gehen jetzt mal zum Ausgang! Ah, Scheiße! Lässt sich echt kacke lenken, so! Nein! Komm, ihr kattet könnt doch nicht alle drei! Alle! Drei doch nicht! Ah, Fuck! Alle drei am gleichen Ausgang! Kann doch nicht sein! Alle drei am gleichen Ausgang! Es kann doch nicht sein! Ja! Nee! Nächste! In den Erden! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja? Ja? Mach mal eine hohe Stimme unter dem Spielekiller. Eine hohe Stimme. So. Machen wir gleich noch ein bisschen da rein. Ich guck mal kurz raus. Äh, warte was. Äh, du hast Angst. Du musst doch von mir keine Angst haben, Anlufeln. Äh, warte, sie geht vorhin ab. Ähm, Anlufeln braucht doch keine Angst vor mir haben. Wir haben eine hohe Stimme. Ich hätte ja den Lichtlord. Lichtlord. Ich muss da mal noch ein paar Sounds runterladen für. Aber, äh, ähm. Ja. Ich war diesmal nicht so gut. Warte mal, 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 warte mal. Vor allem. Wau, wau. 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 Schatz, sag mal was. Wau, wau. Das sind schon zwei. Wir wollen trotzdem noch einen. Einen brauchen wir noch. Wau, wau. Ja, jetzt geht's Metzeln weiter. Wau, jetzt geht's Metzeln weiter. Watze freut sich voll. Wau, wau. Wau, wau. 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 Wau, wau. Äh, übertreib doch nicht. Übertreib doch nicht. Auf geht's erstmal, einen Blöcker holen. Nicht übertreiben. So. Vielleicht bringt uns der Geist etwas mehr Glück. Die hören uns dann natürlich nicht gleich. Haben wir uns den Vorteil, das man sich anschleichen kann, dann die Kleinen. Erspielten. Opfer. Aber ich war gerade maskiner. Echt scheiße. Ich hab die nicht gefunden, ich hab keinen von mir gesehen. Und ich hab eigentlich immer stark mit aufgepasst. Das ist auch keine, aber auch keine Spuren, dass jemand weggerannt ist. Ich hab jetzt einfach mal die Generatoren auf. Ich hab dich schon zu spät. Ich hab dich schon zu spät. Ich hab dich schon zu spät. Hey du. Alter, gehst du mir gerade auf den Sack. Dich häng ich gleich auf. Tschüss mit dir. Hier, hier, hier. Bam. Halt den Rind. Er hat sich bestimmt zu Tode erschrocken. Ja, das könnte es sein. Zu Tode könnte es sogar gleich passen. Ando. Wo ist der hin? Er ist doch einfach in die Richtung gerannt, oder? Meinzer ist weg. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Da ist von dem da hinten was. Der läuft nicht. Dann war hier noch keiner. Du liebst die Dämonenstimme. Der läuft auch nicht. Da war hier dann auch noch keiner. Ich glaub einfach mal alles ein bisschen ab. Generatoren. Ich guck mich dabei ein bisschen rum. Du musst mit Geduld, Killer, viel aufpassen. Die Umgebung achten. Dich nicht zu erkennen. Dich nicht zu erkennen zeigen. Deine Vorteile nutzen. Geist ist natürlich der Vorteil, unsichtbar zu sein. Ein Generator haben sie. Das stört mich nicht. Es ziehen müssen immer noch vier machen. Diese hier laufen schon bereits. Gehen wir mal hierher. Zu diesem. Meistens wenn es explodiert, rennen die eh gleich weg. Oder wenn sie fertig haben. Wenn sie einen fertig haben. Jetzt haben sie noch drei, ey. Oh oh. Da ist niemand. Hier ist vielleicht an diesem Generator. Versteckt sich hier jemand? Nein. Auch niemand. Dieser Generator da vorne vielleicht. Auch keiner. Und hier? Genau und dem Einbruch noch nicht war. Ich sehe dich. Was hast du denn vor? Denkst du deine kleine ungestützten Panetten halten mich auf? Oder ist es Fenster? Tja, damit hast du nicht gerechnet. Lass mich mal bitte den nächsten Haken suchen. Er ist verzieht mich weit weg, der links hat. Sonst irgendwo einer? Dann sei eine Tango mit mir. Dann sei eine Tango. Ja, der tanzt ein Tango mit mir. Ja, der tanzt ein Tango mit mir. Dann lasse ich dich hier fallen. Ja. Der Kunde ist hier. Ja, der tanzt ein Tango mit mir. Sonst ist es. Aber nehmen wir dich nochmal. Hä? Ich kann nicht. Ach, komm her. Da ist ein Haken. Der wartet schon auf deinen Namen. Weg ist es. Ach, schau mal. Da müsste auch dann einer direkt in deiner Nähe sein. Du wirst dir nicht vom Haken. Du wirst dir nicht vom Haken. Hier auch egal. Wo seid ihr hin? Alle drei waren gerade da und ich habe sie alle drei entkommen lassen. Nein, das kann doch nicht sein. Er läuft noch nicht ganz. Auch fast. Ich darf jetzt mal die zwei hier ab. Das ist sehr weit entfernt. Da fehlt noch ein Zylinder. Die reinigt sich doch alle. Ich habe uns in der Licht. Ich kriege euch aber. Die Connection aus meinem eigenen TS-7-1. Das ist ein Schabriek. Eben, Lüfter. Hast du nicht gerade gesehen, dass es nicht viel gebracht hat? Mann, 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 Mann. Hey, Typ! Sag doch mal! Was geht, ha? Du nicht mehr! So, muss ich jetzt mal umgucken, wo der nächste Haken ist. Da kannst du dich gar nicht umgucken, Mann. Lass es gut sein, Mann. Lass es gut sein. Du schaffst es eh nicht. So, Fleisch muss gut ausgegangen sein. So, yeah! Ah, jetzt das. Oh, du bist ja schon beim Kämpfen. Oh, da ist der Ausgang. Denkst du, du, dich, dich werden sie retten? Ah, denkst du, dich werden sie retten? Denkst du, sie werden dich retten? Und an dem Ausgang ist niemand. Und an dem Ausgang ist niemand. Oh, der Ausgang ist noch zu. Ja, ich frage, muss der andere Zinkel an? Der wird zum Ausgang rennen. Ich seh dich! Natürlich wird der zum Ausgang rennen. Komm, 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 komm! Nein! Scheiße! Zwei haben überlebt. Zwei haben überlebt. Alter, 18.000 Blutpunkte. Schon irgendwie nice. Alter, okay, der hat zu viele Perks, da habe ich keine Chance. Ey, warte, den habe ich doch erwischt. Oder? Den habe ich doch erwischt gehabt. Der hat ja schon die roten Blut. Meine Maus ist weg. Nice. Meine Maus ist weg. Ich habe keine Maus mehr im Spiel. Die ist weg. Leute, ich habe keine Maus mehr im Spiel. Ähm. Okay. Ich habe keine Maus mehr im Spiel. Mach ich ihn jetzt? Der Mainzer, der tut mir schon irgendwie leid. Der war ja wirklich instant weg. Nee, das... Oh, den habe ich denn erwischt, das Star, oder? Genau das Star habe ich erwischt. Ja, der mit zu vielen Perks. Ich habe keine Maus mehr im Spiel. Was mache ich denn jetzt? Immer mal kurz hierher. Zack. Ja, der mit...